Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir kümmern uns hier um Lifestyle für alle diejenigen, die die 40 definitiv schon überschritten haben. Wir gucken, warum ihr aufhören solltet bei Diäten Papier zu essen. Ich zeige euch, warum euer Mann eine leere blaue Box im Kopf hat, die ihr bitte auf gar keinen Fall füllt. Und wir schauen gemeinsam, was es für Menschentüten gibt und wie ihr beispielsweise mit Haien auf Brutdose umzugehen habt. Und noch ganz viel mehr. Also, klickt auf abonnieren. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch. Untertitelung des ZDF, 2020